Es ist immer noch so ein spannender Prozess und es ist immer noch so aufregend. Der Ansatz war auf jeden Fall ein Album zu machen, was in die Hard- und Heavy-Richtung geht. Also es kommt alles auch noch in 23. Ihr seid ja jetzt schon 50 Jahre, über 50 Jahre im Rockgeschäft. Ist ja ein unglaublicher Meilenstein und da möchte ich wissen, was bedeutet euch nach so langer Zeit im Business jetzt die neue Platte Rock Believer? Ja, es ist unglaublich, aber nach all den Jahren ist das immer noch so ein spannender Prozess und es ist immer noch so aufregend. Ich will jetzt nicht sagen, wie ganz am Anfang, das nicht, aber es ist trotzdem immer noch spannend und die Freude endlich dann, wenn das Album rauskommt, die neuen Songs mit unseren Fans zu teilen, das kann man dann am Ende auch kaum noch abwarten. Also das ist immer noch, ja, es kribbelt immer noch ein bisschen im Bauch und weil man einfach hofft, dass die neuen Songs gut bei den Fans einkommen und dass sie das neue Album genauso mögen wie wir. Ihr hattet ja so um die 20 Songs fürs neue Album geschrieben. Jetzt sind Final 11 auf der Scheibe gelandet und auf der Deluxe-Version 16. Da möchte ich wissen, wie habt ihr letztendlich die Songs für das Album ausgewählt? Gab es da irgendwie spezielle Kriterien oder so? Und was passiert mit den übrigen Songs, die jetzt noch übrig sind? Wir gehen eigentlich so vor, dass wir erstmal alle Songs so fertig machen, dass sie uns gefallen. Und es ist immer gut, wenn man auch noch eine Reaktion von außen bekommt, in dem Falle eben auch von der Plattenfirma, die sich so für die Songs, für die Haupt-CD sozusagen entschieden hat. Und dann haben wir gesagt, da wir so viele Songs aufgenommen hatten, ich glaube 19, haben wir eben, sagen wir mal, es wäre zu schade, wenn die jetzt irgendwo rumliegen würden, haben wir uns für diese Deluxe-Version entschieden. Und wir haben aber zusätzlich auch noch Songs, die wir je nachdem als Bonustrack verteilen werden. Und zum Beispiel Japan ist so ein Land, die bestehen immer darauf, einen Bonustrack zu haben. Das war schon immer so. Also haben wir noch einen Song für Japan zum Beispiel. Ah, okay. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Ja, und ich habe auch schon gehört und gelesen, dass ihr quasi diese Classic Scorpions DNA oder DNA auf dem Album haben wolltet. Also wie genau erzeugt ihr das? Beziehungsweise was bedeutet das für euch, diese Classic Scorpions DNA? Gibt es eine bestimmte Message auf dem neuen Album? Ich glaube, es war von Anfang an der Plan, diese sogenannte DNA wiederzufinden, was immer das auch ist. Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, es versteckt sich im Songwriting. Und der Ansatz war auf jeden Fall, ein Album zu machen, was in die Hard-und-Heavy-Richtung geht. Und das war von Anfang an der Ansatz. Ein guter Freund hat gesagt, Leute, wenn ihr nochmal ein neues Album macht, dann macht nochmal so eins wie Blackout. Das ist natürlich leichter gesagt. Da haben wir erstmal laut gelacht. Okay, das 40 Jahre her. Aber wir haben das irgendwie als Herausforderung angenommen und gesagt, okay, also der Kompass war auf Hard-und-Heavy gestellt. Und dann kniet man sich da rein. Und diesmal hat das mit den Texten angefangen, schon 2019, dass ich Lyrics geschrieben habe, die ich dann zu Rudolf geschickt habe, der in der Zeit in Thailand war. Und zum Beispiel in Gas in the Tank ist eine Zeile Give me a dirty riff, my friend. There's gotta be some more gas in the tank. Also das war wie eine Aufforderung, so wie ein Dialog und zu sagen, hey, hoffe, du kommst zurück mit einem geilen Hammer-Riff und kommst mit ein paar tollen Songs. Und das war so der Anfang. Und in der Tat war es dann auch so, dass Rudolf sich auch inspiriert gefühlt hat. Und Matthias hat dann auch neue Songs mitgebracht, als wir dann im Sommer 2020 im Studio waren. Wir hatten also so um die 30 Songs sogar, wo wir uns dann sozusagen auf die besten 20 fokussiert haben, dann die Pre-Production gemacht haben. Und am Ende, es war ja geplant, in Los Angeles das Album aufzunehmen. Und am Ende war es ein Segen, dass wir pandemiebedingt nicht reisen konnten, nicht in die USA reisen konnten und sozusagen an unserer Homebase, im Peppermint Parkstudio in Hannover, dann geblieben sind und auch irgendwann die Entscheidung getroffen haben, das Album selbst zu produzieren und das Ganze in unsere eigenen Hände zu nehmen, zusammen mit unserem Ingenieur, Hans-Martin Buff. Und das war eine gute Entscheidung, einfach auf das eigene Team zu setzen und zu sagen, okay, wir machen das ja schon eine Weile, aber diesmal brauchen wir keine externe Hilfe, sondern wir ziehen es alleine durch. Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen mit dem Studio, dass ihr das halt zu Hause produziert habt, geschrieben habt und quasi dieses Homecoming. Was hat die heimische Atmosphäre, sage ich jetzt mal, zum Album auch jetzt letztendlich beigetragen? Naja, es waren schon ungewöhnliche Umstände, eben durch die Pandemie. Unser Schlagzeuger Miki D., der kommt ja aus Schweden und Pavel kommt aus Krakau, Polen. Und als wir die eingefroren haben, mussten die natürlich auch erstmal in Quarantäne. Also wir haben das so geplant, dass wir in Hannover anfangen, aber eben, wie Klaus gerade sagte, eben dann doch Mitproduzenten nach Los Angeles wollten und dann sogar noch unsere Residency in Las Vegas wollten wir auch nutzen an den freien Tagen, um vielleicht noch so die letzten paar Gitarren aufzunehmen. Aber dazu ist es ja dann nicht gekommen und wir haben es noch versucht über Zoom mit den Produzenten. Das ging am Anfang noch einigermaßen, aber letzten Endes muss man schon in einem Raum zusammen sein, um Musik richtig aufzunehmen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das hat euch das gut getan, auch wieder zu Hause zu sein und da zu musizieren? Hat das irgendwie was mit aufs Album gebracht? Also der Weg war deutlich kürzer ins Studio als nach L.A. und mal eine Zeit lang im eigenen Bett zu schlafen, war auch nicht so schlecht. Also wir waren auf jeden Fall ganz entspannt durch diese Situation und haben versucht auch, Corona draußen vor der Tür zu lassen, vor der Studiotür. Und wir waren in unserem eigenen Bubble und haben uns da zurückgezogen. Und irgendwie war es auch ein Segen, dass wir in der Zeit ein Ziel vor Augen hatten, dass wir die Lockdowns gar nicht so wahrgenommen hatten, weil wir zusammen Musik machen konnten und das neue Album weiterentwickeln konnten. Also das war eigentlich eine spannende Zeit und natürlich wussten wir und wissen wir, dass so viele junge Kollegen, so viele Bands, die gerade vielleicht ihr erstes Album jetzt veröffentlicht haben, raus wollten, Festival spielen und so weiter. Das war für alle ziemlich hart und da hatten wir wirklich Glück, dass wir nach einer langen Tour und nach vielen Jahren eigentlich, wo wir unterwegs waren, zurückgekommen sind, Anfang März aus Australien, Südostasien und dann uns wirklich in diese Geschichte, in dieses neue Album reinknien konnten. Ja, und das geht ja auch bald wieder los. Der Startschuss zur Welttournee fällt ja in Las Vegas am 26. März. Und neben Lissabon, Paris, kommt ihr dann auch wieder nach Hause, auch zum Beispiel nach Hannover am 17. Juni. Und ja, ist das Zuhausespiel nach über 50 Jahren halt immer noch etwas Besonderes für euch oder gibt es da zu anderen deutschen Städten auch irgendwie eine, ich sag mal, also gibt es einen Unterschied? Hannover oder jetzt München zum Beispiel? Die Gästeliste ist deutlich länger. Ja, aber die ist in München auch sehr lang. Das stimmt. Also es ist ja nicht so, dass wir das letzte Mal hier vor 50 Jahren gespielt haben, aber in Hannover tatsächlich vor zwölf Jahren und zwischendurch haben wir in den anderen großen Städten Deutschland natürlich schon gespielt. Und es ist schon ein besonderes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen. Und wir haben ja auch Freunde, ob es nur Stuttgart ist oder Dortmund oder Frankfurt oder Berlin oder wo auch immer. Das bezieht sich ja nicht nur auf Hannover. Ja, und dann, wie vorhin schon angesprochen, mit den Festivals. Wir hoffen ja, dass es dieses Jahr dann endlich wieder losgeht mit Konzerten sowieso für die Künstler und auch für die Fans, dass es endlich rum ist. Aber es sieht ja ganz gut aus. Ihr spielt zum Beispiel auf dem Rockfest in Hüvingka in Finnland. Und da stehen die Chancen ja etwas besser, dass das auf jeden Fall bis dato durchgezogen wird. Mögt ihr Festivals genauso wie eigene Konzerte oder ist das Feeling da anders? Wie nehmt ihr das wahr auf Festivals zum Beispiel? Das ist natürlich toll. Wir sind natürlich auch alle total heiß drauf, endlich rauszugehen und wieder Konzerte zu spielen. Wir spielen auch auf dem Hellfest in Frankreich in diesem Jahr. Das ist auch eines der renommiertesten Hard & Heavy-Festivals, so wie Wacken einfach, wo die ganze weltweite Rock-Family zusammenkommt. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ja, es ist immer eine besondere Herausforderung, weil natürlich diese großen Festivals sind schon lange im Voraus. Und diesmal auch trotz Corona, muss man sagen, in Frankreich sind schon lange über 100.000 Tickets verkauft für diese Shows. und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Und da geht man natürlich hin. Da ist man in dieser Competition, all diese anderen tollen Bands, die auftreten und da willst du auch richtig einen amtlichen Gig abliefern. Aber das macht aber immer noch sehr viel Spaß. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Und jetzt geht es ja erst richtig los. Jetzt ist der Release da, dann die Tour. Wie schaut das in der Zukunft jetzt aus für euch? Erstmal den Moment genießen und das alles irgendwie feiern, das Jubiläum auch und ja, das neue Album. Aber gibt es schon vielleicht weitere Pläne, ich sag mal für die Rock-Believer da draußen? Habt ihr was im Petto? Naja, wir freuen uns, wie gesagt, erstmal, dass es überhaupt wieder losgeht. Und wir sind also mehr oder weniger bis zum Ende des Jahres schon verplant. Aber wie wir es jetzt auch sehen, so auf der Promoreise, die ja auch hauptsächlich per Zoom stattfand und findet noch, dass wir eben auch gerne in Japan wieder spielen wollen, in Taiwan, in Singapur und überhaupt in Asien und auch in Südamerika. Und das sind alles Kontinente, die jetzt noch gar nicht auf dem Plan sind. Also es kommt alles auch noch in 2023.